Sebastian Klar, Lokalmachador in Bad Winsheim gegen den Kameramann und beide haben nach langem überlegen freiwillig darauf verzichtet heute und morgen bei den 89. Deutschen Tischtennismeisterschaften in Bremen zu spielen, wo sie natürlich als riesen Favoriten gehandelt gewesen wären, aber das doch langweilig viel spannender ist so ein Bavarian Race Cup und wenn der schon in Bad Winsheim stattfindet, dann spielen wir auch hier. Samstag, 28. August 2012, Trier 2 und es ist die Runde Nummer 5. Applaus 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 2, 3, 4, 3, 2, 1. Ja, das ist gut. 1, 2, 1. 2, 2, 1. Vielen Dank. 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 Nice. ... 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